yo meine freunde willkommen auf einem neuen video auf meinem pascalations kanal wir reagieren heute auf ruhr bitch silence produziert von aside und ja ich würde einfach sagen wir gucken einfach mal rein shooter of the house of the daimler fuck alter sorry aber nice wie die hier rein kommt und die spittet einfach alle in die hemisphäre ihr wisst doch bescheid alter absolute mörderhook ich feiere rohr komplett die würde den die würde die meisten aus der rapszene auch komplett zerstören kann man sich jetzt nicht vorstellen aber das der gegen disco ich glaube rohr konnte einen mit dem disco auch komplett zerbomben sage ich euch was für onlyfans lieber gebe ich mir einen messerstich sehr geil feiere ich auch komplett die line werden ihr viele wie die vielen aus der seele sprechen einige auch nicht aber vielen ja geile line bieten mir verträge siebenstellig doch ich bin keine barbie ja ich feiere die von ihrer ganzen message von ihrer rap art so ist einfach ein charakter so weißt du ist richtig krass für mich eine der krassesten weiblichen rapper so die es gibt vielleicht sogar die krasseste so in deutschland sage ich euch so wie es ist die aber ein bisschen wie kanien vertriebe bieten siebenstellig doch ich bin keine barbie guck ich habe hair wie rick james erdbeer lip taste resting bitch face so wie ashley tis day seven disc safe auf ihrem ersten mixtape bleiben original während dein label klicks fake bleib im original während dein label klicks fälscht so geil rohr feiere ich komplett so ja kann man sich geil geben und digga von mir aus könnte das ding auch noch so 5 minuten gehen wenn ich jetzt so die erste minute anhöre sehr nice weil ich komplett sie rastet auch in ihrem video komplett aus und Kleiderschrank wurde auch komplett auseinander genommen ein outfit nach dem nächsten schallt hier so rein Vorher zum zweiten part komm gleich ist auch einfach komplett rap so weißt du Feier ich einfach Sie geht kein hype hinterher oder sowieso wie jeder anderen sondern sie macht einfach ihr ding und sie macht es ja auch stark weißt du Nice des todes alter sie rappt hier einfach äh sie warten auf einen neuen track von mir von mir so ich mach keinen track ich lass sie einfach Rack sein äh ja Ober nice line hier am start ähm digga Ich glaube nicht dass rohr das sehen wird aber digga anders heftiger track Das über das bekräftigt mich damit auch mit meiner aussage dass sie für mich Die vielleicht beste rapperin in deutschland ist so für meine meinung digga feier ich komplett im blog bin ich promi und ja so wirkt sie auch auf jeden fall auch äh sehr nice äh gefällt mir richtig gut auch von den lyrics so du hörst jemand schon reaktionen an so du weißt gar nicht was soll zu sagen digga der hat einfach nichts gesagt aber du musst ja irgendwas sagen so ab und zu Ziehst du dann irgendwas so aus den haaren so aber hier digga könnte man locker ein XXL video machen über 20 minuten wenn man das so in die länge ziehen möchte Rappen ob ich so wie ollie bittchen stottern so wie crocker bin ein rockstar wie der baby nimm die fotzen alle doggie und bin trotzdem eine lady Nimm die fotzen alle doggie und bin trotzdem eine lady äh wirklich nicest ding alter feier ich habe ich schon gesagt aber ich sag's nochmal feier ich tot doch kann man sich richtig gut geben gefällt mir richtig gut gerne mehr davon und ja Nicest ding Bitch silence the big diamonds Ich bin direct so ich will sein wie sie Ja Jetzt läuft der B noch ein bisschen aus schade dass es nicht noch einen dritten part gab hätte ich sehr gefeiert Außer dass es vielleicht so kurz ist aber ist jetzt so standard in der heutigen zeit aber sonst digga mörder ding Gefällt mir sehr gut aber wie gesagt schreibt mir gerne eure meinung in die kommentare und ja wenn die web so feiert wie ich Lass doch ein abo da ich bin raus meine freunde